ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcrafts technisches video panzerfaust ich weiß da haben wir schon einiges drüber gemacht also ich habe schon ein video gemacht über einsatz im kriegsfilm in hollywood film und verschiedene wirkungsweisen dann auch clip habe ich mal gemacht nur ganz viele kurze szenen sind wo panzerfaust eingesetzt worden sind also ein thema das mich immer wieder bewegt und der alex hatte dann vorgeschlagen mensch dann lass uns doch mal ein video dazu machen er hat natürlich die technischen sachen rausgesucht das dann hat wieder geschnitten also das team arbeitet hervorragend und wir wollen uns halt heute mal mit dem technischen hintergrund der panzerfaust befassen das soll aber noch nicht reichen ich habe mir gedacht wenn wir schon die panzerfaust beleuchten dann können wir auch das russische oder die russische panzerbüchse kurz mal anschneiden und bevor ich mich da rein knie und davon gar keine ahnung habe habe ich den robben angefunkt robben das ist ja der rotarmist also der youtube kanal der rotarmist da könnt ihr gerne mal aufgehen das ist quasi so das pendant zu meinem kanal was ich so mache oder was wir hier so machen wir beleuchten immer so mehr die deutschen sachen und deutschen technik und robben mehr so die russische seite und deswegen also wenn ihr mal die andere seite sehen wollt der rotarmist geht da hin der robben der hat das drauf da werdet ihr auf jeden fall noch so fünf minuten clip von robben nachher sehen den bauen wir nachher noch ein auf jeden fall am ende des tages sollt ihr alle wissen wann wurde das ding entwickelt wofür wurde das entwickelt wie hat das funktioniert wie wurde es eingesetzt und war es tatsächlich die panzerabwehrkanone des kleinen mannes und war dadurch die zeit der panzer eigentlich erledigt weil jeder hinter jeder hausecke mit so einer panzer faust konnte dann scharmen panzer abschießen werden wir sehen ich würde sagen wir steigen jetzt mal ein ihr kriegt ein bisschen technische informationen paar schöne bilder und ich hoffe am ende des tages könnt ihr alle was mitnehmen in diesem sinne schnallt euch an wir legen los wir mal los mit der panzer faust also wir müssen ja erstmal an den anfang des krieges gehen also anfang des zweiten weltkrieges was hatten die truppen da da waren in allen armeen die panzerbüchsen verheimatet oder verortet und zwar waren das ja nun wirklich langläufige großkalibrige gewehre mit denen man durch panzerung durchschießen konnte also die wehrmacht hat natürlich auch solche sachen und somit zog die firma die firma zog die wehrmacht natürlich im zweiten weltkrieg mit der panzerbüchse 38 und panzerbüchse 39 ins feld so jetzt muss man aber auch sehen dass die modelle waren den also den neueren fahrzeugen neueren panzer so wie schermann t34kw nicht mehr gewachsen weil die durchschlagskraft einfach nicht mehr da war so anders als bei den packgeschützen gab es hier nicht die möglichkeit größere oder schwerere modelle zu bauen was konnten die jungs dinge mit mir rumschleppen da bin ich ja gleich tot und fertig so was machte die truppe um sich gegen diese ganzen panzer fahrzeuge zu wehren vor allem gegen den t34 man baute geballte ladung da haben wir schon öfter in den videos darüber gesprochen es wurden termin verwendet und auch brandmittel die dann auf den heckbereich gesteuert worden das war alles nicht sehr befriedigend die industrie hat dann den auftrag auch diese sogenannten panzer nahkampfmittel zu entwickeln das waren dann auch diverse gewehrgranaten oder hafthohlladung oder panzer wurfminen das war immer noch nicht so richtig ausgegoren vor allen dingen es ging ja hier immer um das hohladungsprinzip wer das ja nicht kennt das ist ja quasi der trichter in dem eine bestimmte substanz also sprengstoff abbrennte die explodiert ja dann bildet sich ein stachel plasma wird verdichtet also ist schwierig zu erklären will ich auch gar nicht darauf eingehen auf jeden fall hohladungsprinzip mussten die schon alle haben ja die hohladung war schon eine gute idee aber trotzdem mussten die jungs heran an den panzer das heißt ein panzer wird dadurch infanterie gedeckt und wenn ich dann vorlaufe und so eine hohladung heransätze werde ich von der anderen infanterie quasi bekämpft so das heißt es war immer ein himmelsfahrtskommando und deswegen musste man was erfinden was mindestens war also was weit genug weg war und den panzer trotzdem penetrieren konnte und dann müssen wir uns mal die sogenannte haarsack anschauen also das ist die firma hugo schneider ag das war eine metallwarenfabrik und dort entwickelt man entwickelte man ende 41 im standort leipzig unter dem doktor heinrich langweiler eine eine einwegwaffe zur panzerbekämpfung so als so bei der entwicklung musste man sich ja irgendwo daran orientieren und dann hat man quasi die sogenannten panzer wurfminen genommen und hat sich die noch mal genau angeschaut und hat auch gesagt wow das ist auch wirklich gefährlich wenn die runter fällt und so weiter da müssen wir was neues konzipieren und der doktor langweiler löste dieses problem quasi mit dem hohladungsgeschoss der panzer wurfmine 41 und zwar hat er dann eine 35 zentimeter lange treibkartusche entwickelt womit diese faust also diese wurfmine verschossen werden konnte so jetzt muss man auch sehen dass dieses erste entwicklung also die faustpatrone 43 so wurde das bezeichnet das war noch nicht so richtig gut gelöst weil das geschoss nicht stabil flog und wenn es nicht stabil flog dann trifft es auch nicht da wo man treffen will so jetzt muss man wissen ein geschoss aus einer kanone aus einem gewehr hat ja einen gewissen drall also durch die rotationsgeschwindigkeit stabilisiert sich das ja bei so einer waffe war das unmöglich das heißt man musste was entwickeln um diese stabilisierung hinzubekommen und somit wurde der flügelschaft am leitwerk oder ein flügelschaft entwickelt der eine art leitwerk darstellte und dadurch wurde dieses geschoss stabilisiert man nahm nun ein 80 zentimeter langes abschussrohr das war quasi der schaft und diente auch zur aufnahme vom geschoss und auch der treibladungskartusche somit konnte man damit viel viel leichter zielen und die handhabung war auch relativ einfach diese variante war eigentlich rückstoß frei also man wurde nicht wie beim gewehr kriegte nicht den schlag in die schulter oder beim großen tankgewehr kriegte man diesen wahnsinnigen rückschlag ab also wer schon mal mit mcmillen geschossen hat der weiß wovon ich rede problem hier entstand aber auch dass die sei mal die treibgase und alles was so rauskam aus dem rohr das ging ja nach hinten raus das heißt also wer hinter so einem wenn der panzerfaust stand kriegte natürlich den ganzen sägen ab und natürlich wirbelte das auch wiederum staub auf also mal schneller zu erkennen und die reichweite war noch nicht so dass man sagen konnte das ist es ja das was dann herauskam war natürlich noch nicht das ende der entwicklung sondern das war jetzt quasi die faustpatrone 1 bzw die panzerfaust 30 oder später wurde die auch als panzerfaust klein bezeichnet ja diese waffe die ab august natürlich verbessert wurde und ausgeliefert wurde also ab august 43 hatte eine kampf entfernung von 30 metern und konnte 140 millimeter panzerstahl durchschlagen also das ist schon mal eine ansage allerdings musste dafür auch die hohe ladung richtig auftreffen da es wurden hier erst mal 5000 stück gefordert parallel wurde auch gleich gesagt wir hätten gerne mehr durchschlagsleistung also wie das so ist im krieg es wird weiterentwickelt und weiterentwickeln also entstand die panzerfaust 2 also die ist später panzerfaust groß und auch hier kam dann erst der große geschosskopf wie wir es heute kennen zum einsatz dadurch ging der durchmesser des geschosskoppels auch auf 150 millimeter und das gewicht war insgesamt auf 2,9 kilo gestiegen auch der durchschlag wurde hier auf 200 millimeter panzerstahl erhöht das heißt also jeder feindliche panzer konnte damit durchschlagen werden und wir reden ja immer noch von der panzerfaust 30 groß und klein also von der großen wurden 350.000 exemplare hergestellt wobei die herstellung wie also wieder teuer noch aufwendig war also die pack des kleinen mannes war damit am soldat angekommen dann springen wir das jahr 44 da war schon die panzerfaust 60 entwickelt und die variante war auch schon frontreif sie war optisch wieder ein bisschen anders hatte eine visier und eine abzugseinrichtung man hat also quasi kimme und korn wenn man das so will und konnte es auf 30 60 und 80 meter einstellen man hatte auch leuchtfarbe dort genutzt damit man das auch nachts damit man auch nachts visieren konnte kann es ja auch schlecht licht machen dann wenn du irgendwo liegst um zu zielen und hier musste dann auch nichts mehr gespannt werden sondern man konnte einfach abfeuern sowie überall hat alles seinen preis also die reichweitensteigerung musste durch eine größere treibladungsmenge erreicht werden und das wiederum war der hintergrund warum das abfeuerrohr das rohr das musste verstärkt werden also wurde das ganze ding auch wieder ein bisschen schwerer und es wurde fleißig weiterentwickelt dann sind wir schon im november 44 und jetzt kam die panzerfaust 100 auf den markt ich sage jetzt mal markt also an die front das war die letzte variante die auch tatsächlich eingesetzt worden ist so wie man an der zahl sehen kann also die 100 bedeutete natürlich eine reichweite von 100 meter wie hat man das erreicht man hat quasi eine zweite treibladung eingesetzt und dadurch aber auch den gasdruck wieder gemindert wenn man die im abstand 15 cm abstand zueinander eingesetzt hatte also dieser trick mit diesem luftpolster und gasdruck und so ist ein bisschen knibbelig zu erzählen aber es hat auf jeden fall dafür gesorgt dass das rohr a nicht überlastet wurde und b man konnte eben wesentlich weiter feuern hier konnte man auch tatsächlich versuchen bis auf 150 meter zu schießen dann musste man aber quasi ballistisch schießen also in einem bogen schießen und das war dann auch sehr schwierig auf die entfernung was zu treffen ja so neue modelle hat natürlich ihre tücken jetzt kommen wir natürlich wieder zu einem problem mittlerweile waren mehrere varianten der panzerfaust an der front und eine weiterentwicklung führte dazu dass die schon fertig geladen waren die neueren modelle das heißt man musste nichts mehr zusammenbauen nichts mehr einsetzen also keine treibladung und gar nichts sondern konnte das ding einfach umklappen und losschießen so da die alle gleich aussahen haben natürlich soldaten bei der panzerbekämpfung auch die alte version die man ja noch zusammenbauen musste gehabt und das legten sich dann quasi dem feinde gegenüber feuerten ab und nichts passierte und deswegen wurde diese ich sag mal fertige panzerfaust wieder zurückgerüstet und man erhielt dann quasi die panzerfaust die man vor dem einsatz selbst zusammen machen muss zusammenbauen musste scharf machen musste so wir sind mittlerweile dezember 44 die rohstoff knappheit und die weiterentwicklung haben sich dann ja so ein bisschen gegenseitig behindert aber trotzdem wurde noch weiterentwickelt und es sollte ein neuer gefechtskopf entwickelt werden dafür sollte die panzerfaust 150 an den start gehen die wurde auch teilweise als faustpatrone 150 oder als fp 1500 bezeichnet da bei der leistungssteuerung war das war der eine punkt aber man wollte auch versuchen diese waffe nachzuladen weil das alte konzept war ja für eine einweg waffe geschaffen also ich schoss das ding ab schmiss das rohr weg und machte mich auf die socken aber jetzt muss man auch mal sehen dieses metall rohr und wer das schon mal an gehabt hat meist das ist schon eine menge metall und bei 6,5 millionen produzierten panzerfäusten das sind tatsächlich so viel gewesen reden wir auch von 6,5 millionen abschuss rohren und so hat man sich gesagt naja wenn ich das abschuss rohr wieder benutzen könnte dann wäre das ja quasi nachhaltig so um das auch richtig zu stellen also wir haben hier widersprüchliche literatur gehabt also in der einen literatur wird gesagt die panzerfaust 150 war einschüssig also ein weg und in anderer literatur war es dann mehr schüssig also eine waffe die man nachladen konnte beides ist soweit richtig aber später durch die entwicklung dass die treibel ladung im gefechtskopf saß konnte man das dann auch nachladen so bei der 150er hatten wir jetzt das kaliber 105 mm statt also 140 mm dadurch wieder eine erhöhte durchschlagsleistung das war bis 300 mm und die reichweite wurde auch wieder erhöht durch eine andere konische form des gefechtskopfes das rohr mittlerweile 1,3 meter lang war visiereinrichtung abzug war alles ähnlich und dort waren aber die marken 50 150 also 50 100 150 und 200 meter drauf also bis 200 meter wirkung gegen ziele was machten diese soldaten wenn sie jetzt panzerfäuste hatten und mussten gegen infanterie kämpfen nicht gegen panzer dafür wurde der sogenannte splitterring erfunden das war so ein metallaufsatz den man auf den gefechtskopf setzen konnte und dadurch hatte man eine erhöhte splitterwirkung ähnlich dem was man über die stilhanggranate setzen konnte um eine höhere splitterwirkung zu erzielen daraufhin hieß das mensch wir brauchen auch eine splitterpanzerfaust aber das war nur ein prototyp und der wurde nicht weiterentwickelt ja es gab auch noch planung zur panzerfaust 250 die wäre dann ähnlich gewesen wie der raketenpanzer büchse also das ofenrohr was wir eigentlich heute nicht besprechen trotz alledem wurde die panzerfaust 250 als nachfolgemodell oder nachkriegsmodell für verschiedene panzerhandwaffen genutzt und daraus wurden neue waffen konstruiert hier anzumerken ist natürlich die rpg zu der russen also die sowjetische rpg 2 und nachher die panzerfaust klein der bundeswehr so bevor wir jetzt noch mal auf einsatz und fertigung gehen und noch ein paar technische daten uns anschauen würde ich vorschlagen wir schalten jetzt einfach mal um und gucken uns an was der robben uns über die panzerbüchse der roten armee erzählen kann hallo ich bin der rotarmist vom gleichnamigen kanal der rotarmist ich befasse mich mit der uniform der ausrüstung und der bewaffnung der roten armee im zweiten weltkrieg und wurde heute gebeten ein bisschen über die panzerbüchse die pdr d zu sprechen wenn wir über die sowjetischen panzerbüchsen sprechen möchte ich auch einmal erwähnen dass es zwei modelle gab einmal die ptrs diese war ein mehrlader mit einem fünf schuss fassenden magazin und einmal die ptr d um die es auch heute gehen soll diese war ein einzellader die ptr d hatte eine gesamtlänge von zwei metern und wog ungeladen stolze 17,3 kilo das patronen kaliber betrug 14,5 mm x 114 der auftrag zur entwicklung der panzerbüchse erfolgte bereits anfang juli 1941 und ende oktober anfang november konnten bereits die ersten 300 ptrd panzerbüchsen an die truppe ausgegeben werden bis zum 30 dezember 1941 konnten bereits 17.688 ptrd hergestellt und zum großen teil an die truppe zur bekämpfung der panzerwaffe der wehrmacht eingesetzt werden bis zum ende ihrer produktion im dezember 1944 oder januar 1945 wurden ungefähr 282 tausend stück produziert und ausgegeben die ptrd panzerbüchse erwies sich gerade in den ersten kriegstagen als extrem wirkungsvoll gegen alle eingesetzten panzer der wehrmacht so konnten sie mit hoher erfolgsquote alle leicht gepanzerten fahrzeuge leichte sowie mittlere panzer durchschlagen und selbst wenn es dort probleme mit dem frontalen beschuss gab bestand immer noch die möglichkeit diese im seitlichen beschuss oder im beschuss von hinten außer gefecht zu setzen in den späteren kriegsjahren erwies sich ihr kaliber und ihr durchschlag allerdings zu gering so dass die produktion der panzerbüchsen zurückgefahren wurde und diese auch nicht mehr so häufig gegen panzer eingesetzt wurden die ptrd wurde dann noch zur bekämpfung von leicht gepanzerter fahrzeuge eingesetzt sowie zum beschuss von bunkerschaden und maschinengewehr nestern sowie geschützstellungen welche hinter leichten sandsackstellung oder erdwellen geschützt lagen die bekämpfung von flugzeugen war für die ptrd zwar vorgesehen machte aber keinen sinn und zeigt auch keinen erfolg über die funktionsweise der ptrd möchte ich einen kurzen absatz aus dem bub die waffen der roten armee infanterie und artillerie zitieren nach dem schuss glitt der lauf auf der schulterstütze nach hinten der kammerstängel traf auf die steuerkurve diese drückte ihn nach oben und entriegelte dadurch den verschluss der verschluss glitt weiter zurück zog dabei die patronen hülse aus dem patronen lager und stieß sie aus eine feder drückte den lauf wieder nach vorne wobei der verschluss offen blieb zur aufnahme einer neuen patrone der schütze eins hatte nur die bedienung der waffe also das schießen als aufgabe während der schütze zwei die munition trug nach lud und auch repetieren sollte in der praxis war es dann doch häufig so dass der schütze zwei nur die patronen angab und der schütze eins alles erledigte oder in einigen fällen gab es auch gar kein schützen zwei dort war ein einzelner mann mit den patronen sowie der waffe alleine unterwegs ja kommen wir noch mal zur einsatz und fertigung nachdem wir nun das video von robin gesehen haben an diesem auf diesem weg noch mal robin vielen dank ihr seht am ende noch mal den link beziehungsweise den verweis auf die seite von dem rot am besten würde mich freuen wenn ihr mal reinschaut das ist wirklich interessant und ich hole mir meine informationen über die rote armee auch da bei dem robin immer gut also einsatz und fertigung der panzerfaust müssen wir noch mal genau schauen also die panzerfaust wurde ja in der gesamten wehrmacht verwendet und es gibt natürlich eine menge bilder wo man das sieht also einmal bei der hj die sind ja dann los mit fahrrädern hatten auch zwei panzerfäuste mit und dann auch alte männer also der sogenannte volkssturm der dann die dinge auf der schulter hatte und los marschiert ist ja bei der hj zum beispiel war das die sogenannten panzervernichtungsbrigaden der hj die dann quasi gegen russische und amerikanische panzer vorgingen kommen wir mal zur dunklen seite der panzerfaust also neben den bekannten bildern von alten männern und kindern die die waffe genutzt haben um den ansturm der feindlichen panzer aufzuhalten muss man auch sehen dass 70.000 zwangsarbeiter und fremdarbeiter darunter auch 18.000 polnische juden bei dieser ganzen geschichte mit ich sag mal durch arbeit vernichtet werden sollten und auch in großen teilen vernichtet worden sind heute will da natürlich keiner mehr darüber sprechen also jede deutsche firma hat irgendwie zwangsarbeiter gehabt oder andere leute die für sie schaffen mussten also wie sklaverei und auch die haarsack die ich vorhin erwähnte war der drittgrößte nutzer von zwangsarbeitern aus dem ns-staat also das ist natürlich das dunkle kapitel so jetzt seht ihr hier nochmal eingeblendet die einzelnen technischen daten zu den verschiedenen waffensystemen die könnt ihr euch nochmal alle anschauen und nochmal genau nachlesen was ich euch jetzt quasi lang und breit erzählt habe ja leute mehr als genug informationen jetzt wisst ihr alles über die panzerfaust selber und ich weiß wir haben jetzt die raketenpanzerbüchse nicht besprochen weil es geht ja eigentlich auch um die panzerfaust vielleicht machen wir dann nochmal extra was wie gesagt ich hoffe ihr konntet ein bisschen was mitnehmen wenn ihr fragen habt oder was nicht klar ist könnt ihr es gerne in die kommentare schreiben und dann werden wir also alex und ich versuchen das so weit zu beantworten oder richtig stellen wenn wir das falsch gemacht haben kommt das natürlich in den fehlerteufel rein und ich hoffe dass euch das gefallen hat in diesem sinne kann ich nur sagen würde mich freuen für einen daumen hoch daumen runter akzeptiere ich für ein abo bin ich immer dankbar ansonsten wünsche ich euch alles gute bleibt gesund und auf bald ansonsten